Ich schaff nur 40. Was? Ich genies doch nur die Landschaft. Die echt gut geworden ist. Hier vorne ist wahrscheinlich was, ne? Ja. Und Truppen. Ich fahr langsam. Soll ich anhalten? Ja, nein. Nee, einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Ach, ich bin da auf 200. So. Hoch! Soll ich besser aussteigen? Jetzt weiterfahren. Okay, mal gucken, ob die Brotstein-Pante mich umbringt. Ja, ja. Und Leo dahinter. Amtok, fahrrad! Der hat sich grad richtig schön... Nicht schnell genug. Warnt mich doch! Ja. Ja.